Ubisoft verschenkt Watch Dogs 2 zu Ubisoft Forward, gleich mehrere Gaming-Riesen wollen Interesse an Warner Bros. Interactive Entertainment angemeldet haben und es besteht kein Grund zur Annahme, dass Breath of the Wild 2 schon bald herauskommt. Dies und mehr jetzt in den News. Nach dem kurzen Teaser bekommen wir von Ubisoft nun auch noch einen längeren Line-Up-Trailer, der uns verrät, welche Spiele Ubisoft auf der Ubisoft Forward am Sonntag vorstellen möchte. Und außerdem gibt's direkt noch etwas geschenkt. Wie bereits angenommen, dürfen wir mit neuen Infos und Videomaterial zu Watch Dogs Legion, Assassin's Creed, Valhalla, Trackmania und mehr rechnen. Wer den Livestream am 12. anschaut, hat eine Chance Watch Dogs 2 geschenkt zu bekommen, wenn auch nur recht kurz. Dazu müsst ihr euch nur irgendwann nach Trackmania und vor dem Ende der Hauptshow in euren Uplay-Account einloggen. Zusätzlich habt ihr die Chance auf weitere Gewinne, wenn ihr ein paar Trivia-Fragen beantwortet. Der Stream startet am Sonntag, den 12. Juli um 19.30 Uhr, die Show startet dann 30 Minuten später um 20 Uhr. Überstattet wird diese ganze Überraschung von einem neuen Leak. 30 Minuten Gameplay wurden vorab im Internet hochgeladen. Die Videoqualität des Gameplays zu Assassin's Creed Valhalla ist alles andere als berauschend, was oft einer der Gründe ist, warum Entwicklerteams so enttäuscht von Leaks sind. Letztes Jahr äußerte sich einige Verantwortliche zu den massenhaften Leaks im Vorfeld der E3. Dort sagte ein Entwickler, dass es einfach enttäuschend sei, wenn man sich monatelang Mühe gibt, ein geiles Produkt zu erschaffen und der erste Eindruck dieses Produkts dann ein Video in katastrophaler Qualität ist. Ubisoft hat die Videos von Valhallas Gameplay direkt vom Netz genommen, ihr werdet's also wahrscheinlich nicht mehr finden, sondern müsst euch bis Sonntag gedulden. Da es zu Warner Bros. Interactive Entertainment verkauft werden soll, steht nicht zum ersten Mal im Raum. Nun will die Webseite The Information von mehreren der Angelegenheit vertrauten Personen gehört haben, dass gleich mehrere Gaming-Riesen Interesse an der Videospielabteilung von Warner Bros. angemeldet haben. Genannt werden Microsoft, Take Two, Electronic Arts und Activision Blizzard, die die Dachmarke von mehreren Entwicklungsstudios angeblich kaufen wollen. Hinter Warner Bros. Interactive Entertainment stickten unter anderem Netherrealm Studios, dem Studio von Mortal Kombat, Avalanche Studios mit Rage 2 oder Monolith Studios, die zuletzt die Batman Arkham-Reihe entwickelt haben. Die Muttergesellschaft von Warner Bros. AT&T hat allerdings wohl noch nicht final entschieden, ob die Gaming-Abteilung verkauft werden soll. Das Unternehmen hat Schulden in Höhe von 154 Milliarden US-Dollar und muss abwägen, ob sich ein Deal lohnt, um diese zu verringern. Die Gerüchte und Insider-Behauptungen der letzten Tage und Wochen haben sich bestätigt. Der Termin für das Xbox-Showcase-Event steht fest. Am 23. Juli, ab 18 Uhr unserer Zeit, werden die neuen First-Party-Spiele für die aktuelle und kommende Konsolengeneration vorgestellt. Was genau wir erwarten dürfen, dazu gibt es noch keine offiziellen Infos. Mit Halo Infinite wird allerdings fast fest gerechnet. Im Vorfeld des Showcases wird Jeff Keighley eine Pre-Show geben. Den Stream könnt ihr auf YouTube, Twitch, Facebook und Twitter verfolgen. Alle interessanten Infos findet ihr aber natürlich auch zeitnah auf GamePro.de. Auf der E3 letztes Jahr wurde während der Nintendo Direct überraschend angekündigt, dass sich ein zweiter Teil zum erfolgreichen Open-World-Rollenspiel The Legends of Zelda Breath of the Wild in Entwicklung befindet. Wann das Spiel erscheinen soll, ist noch nicht bekannt. Tatsächlich schien eine baldige Veröffentlichung eher unwahrscheinlich. Der Teaser hatte nur die Entwicklung angekündigt und auch im letzten Geschäftsbericht steht das Release-Datum nur als to be announced. Nun hat der Podcast Un Café con Nintendo kurzfristig für Aufregung gesorgt. Zahlreiche Medien berichteten darüber, die spanischen Synchronstimmen von Rivali und Zelda hätten erzählt, ihre Arbeiten an Breath of the Wild 2 seien bereits abgeschlossen. Allerdings muss sich eure Hoffnungen direkt wieder zerschlagen. Das Zitat der beiden Talente wurde total aus dem Zusammenhang gerissen, im Kontext ergibt sich, dass hier gescherzt wurde. Wie weit die Entwicklung von Breath of the Wild 2 tatsächlich fortgeschritten ist, dazu wurde von offizieller Seite noch keine Aussage getroffen und von außen lässt sich kaum abschätzen. Un Café con Nintendo hat sich auf die zahlreichen Falschmeldungen hin auf Twitter gemeldet und enttäuscht gezeigt. Wir sind überrascht, auf welche Art die Medien das Interview behandelt haben, indem sie zu falschen und aus dem Kontext gerissenen Schlüssen gekommen sind, ohne an die beteiligten Personen zu denken. Wir verstehen, wie Videospiel-Newsmedien funktionieren und wissen über den Mangel an Nachrichten in den letzten Monaten Bescheid. Aber wir teilen diesen Alles-Geht-Ansatz nicht. Gestern hatte ich euch schon von den Teasern auf den Teaser-Trailer zu Shadow Warrior 3 berichtet. Nun erschien der Teaser-Trailer, der eigentlich wiederum nur ein Teaser für den Gameplay-Reveal ist. Auch wenn uns das Video kaum etwas über den Inhalt des Spiels verrät, bereitet es uns doch schon auf eine ordentliche Portion Gewalt vor. In einer kurzen Kampfsequenz fliegen bereits die Fetzen und einige Gameplay-Mechaniken wurden bereits angedeutet. Zum Beispiel legt die Figur im Trailer großen Wert darauf, der Zuschauer schafft den Greifhaken zu zeigen und weist auf seine Unterarme hin, die aus der First-Person-Perspektive meist das einzige sind, was wir Spielenden zu sehen bekommen. Der im Trailer bewordene Gameplay-Reveal wird per Pressemitteilung nach auf der Devolver Digital am 11. Juli ab 21 Uhr unserer Zeit stattfinden. Und bevor ich mich heute von euch verabschiede, würde ich euch gerne noch auf unser Valorant-Turnier aufmerksam machen. Wir haben unsere besten Spieler gesucht und ins Bootcamp geschickt. Nun treten Michi, Mary, Jules, Roman und Nicola um die Ehre der Firma unter anderem gegen die Rocket Beans und Nerdstar TV an. Und gegen euch! Alle Infos dazu, wie ihr euch anmeldet und wann die Matches gegen wen stattfinden, findet ihr auf GameStar.de. Zum Artikel kommt ihr über den Link in der Videobeschreibung oder über die Infokarte hier oben in der Ecke. Übertragen werden die Matches unter anderem auch auf unserem Twitch-Kanal und hier auf YouTube. Im Moment lohnt es sich also quasi gleich doppelt, den Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch nicht mehr unsere Videos, wie zum Beispiel die aktuelle Trailer-Rotation oder die Vorschau auf Mortal Shell. Oder die News, zu denen ich euch morgen hier nicht begrüße, sondern der Michi. Wir sehen uns dann erst am Donnerstag wieder, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und guten Lieben!